Was ist der Klassik? Nick Klassik. Ich dachte, das heißt Klassik? Nein. Also, jetzt sind wir zum Halbfinale. Nick Klassik gegen Gökhan. Schiedsrichter. Ohne Luft. Nick Klassik. Errei heißt der. Errei Gökhan. Ja. Hier sind die zwei. Drei Meter weiter von Kalle. Direkt. Oh. 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 Au pissed. Oh. 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 Oh! 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 Verreicht jetzt! Oh! 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 Mit höchstem Wohlwollen darf ich dieses gelungene Match als gewonnen künden für Han Classic! Yeah!